Hey, ich heiße Kavasha und ich studiere Wirtschaft und Schauspiel an der Alamos Hochschule. Ich heiße Till und ich studiere auch Wirtschaft und Schauspiel an der Alamos Hochschule. Hi, ich heiße Alam und ich studiere auch Wirtschaft und Schauspiel an der Alamos Hochschule. Ich finde generell die Mischung aus zwei verschiedenen Fachbereichen super interessant, vor allem für mich und ich glaube auch für viele andere, weil ich persönlich einfach so viele verschiedene Interessen habe. Dass ich mir nicht vorstellen kann, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren, die dann nur zu lernen und am Ende dann auch nur eine Sache zu können. Also ich möchte einfach möglichst viele verschiedene Sachen können und selbst wenn ich dann am Ende doch nur eine Sache machen will, haben mir diese Sachen, glaube ich, einfach... Die verschiedenen Wege, die ich dann schon eingestellt habe und die verschiedenen Interessen, die ich habe, haben mich dann schon so weit gebracht, dass ich eine Sache auch gut machen kann, wenn ich das möchte. Also wir studieren auch an zwei verschiedenen Campus und es ist auch cool, weil man hier auch ganz viele andere Leute kennenlernt als im unteren. Also hier sieht man dann auch all die Künstler und auch die anderen Schauspiel-Kommoditonen und am unteren lernt man dann Architekten und Wirtschaftler kennen und es ist einfach mega spannend, sich auch auszutauschen. Ja, und mir gefällt das Studium sehr, jeden Tag ist ein Challenge für mich, würde ich sagen, auch wegen der Sprache. Ja, ich habe nie gedacht, dass ich diesen Bachelor finden könnte, zum Beispiel, weil ich schon in Brasilien Wirtschaft studiert habe und ich habe auch eine Ausbildung als Schauspieler in Brasilien gemacht. Die Kombination war einfach perfekt für mich. Beim Schauspielteil haben wir jetzt im Januar bis Februar Monologarbeit und das finde ich super cool, weil wir dann die neuen Techniken ausprobieren können. Wir hatten jetzt eine VWL und eine Klausur in Unternehmensführung und auch schon eine SWOT-Analyse, also mussten wir Unternehmen analysieren und das war auch super spannend. Auch vor allem für mich, es hilft mir sehr dabei, Fehler sich selber einzugestehen und auch Fehler zu machen, das lernen wir vor allem im Schauspielteil und das überträgt sich auch in die Wirtschaft und auch ins alltägliche Leben, einfach die Sachen mit einer gewissen Lockerheit zu sehen und dann zu sagen, es ist nicht so schlimm, ich mache es nochmal. Ich denke, dass jetzt ein guter Moment vielleicht zu sprechen, mit den internationalen Menschen, die uns sehen. Also, ich habe nur eine Sache, ich sage, dass nicht die Sprache, die Sprache, die Wirtschaft und die Wirtschaft und die Wirtschaft. Ich denke, dass das eine interessante Kombination ist. Es ist wirklich gut für dich, für dich und für dich, für dich, für dich, für dich. Du hast so viele Möglichkeiten und du hast Zeit, um zu entscheiden, was du willst, 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 wenn du willst. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Vielen Dank.